Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem April-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein April gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Oder aber vielleicht auch, was du sogar am besten ganz außer Acht lassen solltest. Zu diesem Video gibt es wie immer bei mir eine Extended Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück dann drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Krebs im April. Unwohlsein, sich viel am Platz fühlen, wird ersetzt durch eine neue Vision. Du wirst geprüft durch einen oder mehrere andere Menschen, inwieweit du dir selbst treu bleibst, zu dir selbst stehst, inwieweit du zu deiner Meinung stehst, deine Meinung vertrittst. Da haben wir es schon. Viele Themenkarten hast du. Lieber Krebs, der April wird spannend. Sehr spannend. Du hast irrsinnig viele Themenkarten, und zwar ganze acht Themenkarten. Toll. Für manche Krebsdamen höre ich es, dass das Leid, eine Frau zu sein. Die Prüfung, die da auf dich zukommt, sie kommt unerwartet. Sie kommt, wie gesagt, durch einen anderen Menschen oder eine Gruppe Menschen gut möglich, dass du vor vollendete Tatsachen gestellt wirst oder, ja, dass man dir Vorwürfe macht. Dies löst einen inneren Sturm in dir aus, insofern, dass du dich total missverstanden fühlst. Die Prüfung ist, wie gesagt, inwiefern bleibst du dir selbst treu, lieber Krebs, inwiefern stehst du zu dir, zu deiner inneren Wahrheit, und inwieweit kannst du diese nach außen tragen. Dieser Mensch oder diese Gruppe Menschen sind es gewohnt, sich immer behaupten zu müssen, bevormunden gerne, und ja, sie sagen salopp, aber es ist nicht salopp gemeint. Diesmal musst du dran glauben. Doch, lieber Krebs, es ist eine Prüfung für dich, in der du über dich hinaus wächst, aus dir heraus kommst, denn du setzt knallharte Grenzen. Du sagst bis hierhin und nicht weiter. Und das ist genau das, was du brauchst. Warum brauchst du das? Du brauchst das für das, was dann darauf folgend kommt. Habe Mut, Grenzen zu setzen. Habe Mut, auch einmal Nein zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Es ist jemand, dem dein Schein, dein Glänzen sehr, sehr gut gefällt. Jemand, der davon sehr, sehr angezogen ist. Und komischerweise genau das wird kritisiert. Ist es Neid? Ist es Eifersucht? Ist es der Eifer, dich imitieren zu wollen? Du kannst durch den Schleier des unbewussten Sehens, lieber Krebs, höre auf deine Intuition, höre auf dein Gefühl. Du schaffst es, wie gesagt, durch die Grenzsetzung schaffst du es auch, genau das Thema mitsamt dem Menschen dahinter auf einen Punkt zu bringen. Ich würde fast sagen, dass du diesen Menschen oder diese Gruppe Menschen, es hört sich krass an, doch es kommt so durch, aus deinem Leben verbannst. Du kattest sie wirklich raus. Es ist das gesprochene Wort, das hinterhältig ist, sagen sie. Es geht darum, dass du immer und überall parat stehst, hilfst, wo du kannst, Bereitschaft zeigst, wo du kannst, auch wenn du innerlich nicht mehr kannst. Und das, was da jetzt auf dich zukommt, geht zu weit. Du hast eine messerscharfe Beobachtungsgabe, eine messerscharfe Intuition, die dich niemals täuscht. Und das, was bei dir im April zurückbleibt, ist das Gefühl, das die anderen in dir auslösen, das sie dir vermitteln. Dieses Gefühl kennst du schon aus deiner Kindheit, dieses Gefühl kennst du aus deiner Jugend. Es ist das Gefühl, sich nicht wertig zu fühlen, nicht gleichwertig zu fühlen. Doch, lieber Krebs, du stehst niemandem in nichts nach, in keinster Weise. Es sind die anderen, die richten, urteilen und bewerten. Und das ist ja das, wo wir alle rauskommen sollten. Auch wirst du feinstofflich gefördert, gleichermaßen, dadurch, dass du sehr viele Signale bekommst, Impulse bekommst, Informationen an Downloads bekommst. Du siehst genau die Schattenseite gewisser Menschen. Du fragst dich auch, warum ein gewisser Mensch, der so wolfsartig ist in deinem Umfeld, warum dieser nur Gift versprühen kann, was aus seinem Munde kommt. Doch, du findest die Kraft, den Mut, all diese Menschen von dir abzutrennen, energetisch wie praktisch. Dann kommt jemand auf dich zu, weiblich. Ganz egal, ob du männlich oder weiblich bist, der du mir hier zusiehst. Diese weibliche Person ist sehr, sehr attraktiv, sehr, sehr grazil, sehr, sehr sanft. Doch auch dort nimmst du etwas wahr, an der Schattenseite. Deine Intuition, sie warnt dich eigentlich, doch du sagst, das gibt es gar nicht, sie ist so wunderbar sanft und nett und liebenswürdig. Ich muss mich täuschen. Dort wird dein Vertrauen geprüft, also der April birgt wirklich sehr, sehr viele Prüfungen für dich. Höre auf deine Intuition. Ich kann dir wirklich diesbezüglich nicht mehr auf den Weg mitgeben, als deiner Intuition wirklich blind zu vertrauen und blind zu folgen. Das ist ein bisschen ein krasses Reading. Ich weiß. Sehr explosiv, der April, aber gleichzeitig auch irre befreiend. Falls dich eine Gruppe Menschen in Konflikte mit hineinbeziehen möchte, nicht beabsichtigt, doch dich vielleicht als Schiedsrichter möchte, halte dich raus, beobachte aus der Ferne. Du kannst diesem Ganzen durchnavigieren, indem du dir selbst treu bleibst, genau bedacht bist auf die Worte, die du weise wählen solltest und die du diesen Menschen sagen solltest und vor allem grenze dich ab. Sage Nein, wenn es zu viel wird. Der 10. April ist für dich ausschlaggebend. Dort möchte dich ein Mensch stark beeindrucken. Doch auch dort liegt eine Prüfung drin, und zwar Mitgefühl zu entwickeln. Gut möglich, auf körperlicher Ebene, dass du vermehrt Zink einnehmen solltest. Spreche dies bitte immer mit dem dir behandelnden Arzt ab. Auch für diejenigen, die Sport betreiben, vor allem sehr viel Muskelaufbau mit den Beinen betreiben. Dort bitte Vorsicht vor eventuellen Knieproblemen, die da aufkommen könnten, wenn zu viele Gewichte oder zu viel Schwere als Last genommen wird. Wow, bei dir geht es echt rund im April. Du hast vielleicht das Gefühl, innerlich, nicht äußerlich, sage nicht von den Gegebenheiten, sondern innerlich, in deiner eigenen Entwicklung, dass es irgendwie nicht vorwärts geht seit Monaten. Vielleicht bist du auch in einem Status, so ein bisschen der Apathie oder Resignation, dass du eben sagst, jeden Tag das Gleiche. Ich bin in so einer Routine drin, habe kein Mojo mehr. Das liegt daran, dass deine Berufung auf dich wartet und du diese aber in keinster Weise beachtest. Beziehungsweise für die wenigen, leider wenigen, Krebse, die ihre Berufung wirklich ausleben, dort wartet ein neues Tool auf euch, das nicht beachtet wird. Ja, ihr seid sehr wahrheitsliebend. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht jetzt, ihr seid ehrlich oder unehrlich, sondern wahrheitsliebend. Ihr sucht immer den tieferen Sinn in gewissen Vorkommnissen. Im April werdet ihr euch selbst an eure Grenzen bringen, damit ihr euch auf irgendeine Art und Weise wieder spürt. Doch auch da, liebe Krebse, Vorsicht! Es geht darum, alles im richtigen Maß zu verrichten. Ein Erdzeichen, Steinbockstier, Jungfrau. Er teilt ein Urteil, kommuniziert. Gut möglich auch, dass dieses Sternzeichen dieser Mensch auf irgendeine Art und Weise verhindert ist und dir in irgendeiner Art und Weise nicht gerecht werden kann. Du siehst, meine Stimme versagt schon und das sind bei mir immer die Zeichen, entschuldigt bitte, dass etwas nicht stimmt bzw. die Kommunikationsprobleme da sind. Der Stier, der Steinbock oder die Jungfrau sagen nicht wirklich, was Sache ist, sagen nicht wirklich, wie es ihnen geht. Es ist, als würden sie fadenscheinige Ausreden erfinden, was sie aber nicht tun, um Gottes Willen, keine Unterstellungen hier, sondern sie wissen sich nicht besser zu helfen. Sie haben Angst vor den Konsequenzen. Dort, lieber Krebs, selbstverständlich durchblickst du diese Situation. Dort kannst du helfen, durch dein Wirken. Es ist im Endeffekt ein mentaler und physischer Erschöpfungszustand. Also nicht der Deine von diesem Erdzeichen. Wenn du bereit bist zu wirken, kann dies begleitend sehr, sehr unterstützend wirken. Dann kommt etwas Spielerisches. Das Spielerische ist, dass du für dich nach und nach in spielerischer Leichtigkeit es schaffst, Herausforderungen, Felsbrocken, die dir in den Weg gelegt werden oder die du schon im Vorfeld wahrnimmst, dass du diese mit Leichtigkeit umgehen kannst, lieber Krebs. Mit Leichtigkeit. Denn du hörst auf deine Intuition. Wir haben hier sehr viele Menschen, die dich beeindrucken wollen. Sehr viele Menschen, die von dir wollen. Sehr viele Menschen, die in dein Leben einwirken. Vor allem eine jüngere Person, 7 bis 17 Jahre alt, weiblich, diese so viel Leichtigkeit in sich trägt. Sie dir immer wieder spiegelt, auf das du dich selbst daran erinnerst und sagst, diese Leichtigkeit möchte ich auch, dass sie die meine ist und plötzlich denkt der Krebs an sich. Der Krebs denkt an sich und beginnt Nein zu sagen. Auf und davon ist der Krebs gut möglich, dass du einen Kurztrip planst, um einen Tapetenwechsel zu haben. Gut möglich, dass du kurzerhand deine Wohnung kündigst und umziehen möchtest. Es kommen kurzerhand unvorhergesehene Veränderungen, lieber Krebs. Diese unvorhergesehenen Veränderungen sind für dich Gold wert. Auch beruflich kommt etwas sehr, sehr Positives auf dich zu. Falls du beruflich bei deinem Chef in dieser Institution, in der Firma, wo du arbeitest, wo auch immer etwas nachgefragt hast, eventuell etwas einforderst bzw. darum gebeten hast. Dies wird gestattet. Da kommen sehr, sehr gute Neuigkeiten auf dich zu. beruflich wird es viel, viel leichter für dich. In der Tat. Manche von euch bekommen sogar eine Gehaltserhöhung. Manche von euch bekommen den Job, den sie wollen. Manche von euch kommen in eine höhere Position. Manche von euch werden auf euer Geheiß hin, auf eure Nachfragen ins Ausland versetzt. Bisschen jedenfalls. Es wird dich sehr, sehr glücklich machen. Du wirst sehr, sehr erfreut darüber sein. In Feierlaune sein. Nichtsdestotrotz ist es im Hintergrund doch brodelt in diesem Sturm. Doch du lässt dich von all dem gar nicht beeindrucken. Wie wunderbar. Du lässt dich nicht beeindrucken, lieber Krebs. Du bist einfach nur du. Du bleibst dir selbst treu. Und da haben wir da dieses Feuerzeichen, das dir ein unmoralisches Angebot macht. Es ist ein Angebot für eine gemeinsame Zukunft. Und für diesen bedeutest du alles. Bedeutest du die Welt. Jetzt dachte ich, hier wäre ein Flipper. Aber dann war dem nur so. Romantik pur. Freu dich drauf. Wir machen weiter im Extended. Bis gleich. Ich warte dort auf dich. Ciao. Ich warte dir noch. Tschrei ich mich doch self inteiro. Siet uns mal überление. Ich warte dir noch ein Flipper. Untertitelung des ZDF, 2020